Hallo YouTube. Ich schaue mir... Hallo YouTube. Jetzt kommen eure Fails, Bugs, Funny Moments und Scary Moments. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich habe noch gar nichts gesehen. Und bitte, bitte, bitte sendet mir mehr. Sendet mir mehr. Ich freue mich jetzt auf die fünfte Ausgabe von... Achso, sechste Ausgabe. Lasst ein Like da, Abo, Daumen nach oben und klickt auf die Glocke. Was immer die Glocke, aber ich habe keine Ahnung, was die Glocke macht. Aber lasst euch richtig beglocken. Oh, es ist mir rein, ja. Ein neues Video ist online. So Leute, ich bin gespannt. Darf ich einen Drumroll haben oder irgendwas? Ne, das ist falsch. Ne, ist auch falsch. Hier, das hier. Fails Nummer 6. Der Jerome lässt sich immer was Neues einfallen. Geil, oder? Oh, fett. Fett. So, wir haben Michael Wilds. Was am perfekten Geil, Sie werden Grunde weg. Sag mal, Jungs, seh das nur ich mit der Tür, oder? Nein, die sehe ich auch. Ne, die wurde gerade selber. Ja. Ja, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass da keine Tür war. Lass mich in Ruhe. Digga, der Bot ist heilig. Ich weiß nicht, warum er da spielt. Er ist einfach ausgewischt. ist eins mit dem motorrad killing floor ja das ist das wichtigste was du brauchst oder alkohol und mund zum saufen der rest kein video ohne red dead redemption 2 kein fehl video ohne gta und red dead redemption oh aber wenigstens noch ausgestiegen hat gecheckt oder okay weiter geht es ist man die bugs und wie der red wie soll es anders sein red dead redemption er kommt nicht aufs pferd wetten okay er kommt aus gta 5 wenn man cool sein will aber geil eingepackt ja komm schon das ist doch kein fehl das war absicht das war ein epic moment alles gta er schafft es sich wirklich ich mach hier die tür auf haust du eine rein und dann stürmen wir fertig die türe noch gar nicht wissen warum das so gut tut da merkst du dass ich der einzige gewiss der nicht zocken kann ausgärts jetzt bin ich gespannt das spiel kenne ich gar nicht das neues da steht ja der michael auf kerzenschein und macht dann solo ran mit der kerze michael bitte ja wer ist denn da auf dem pot kenne ich gar nicht aus Was? Ich komme jetzt über rein! Ich weiß das nicht! Komm rein, komm rein, komm rein! Jetzt fliegt es im Raum! Jetzt weiß ich, warum euch das so viel Spaß macht. Es ist so geil, jemandem dabei zuzuschauen, wie er sich richtig in die Hosen macht. Alter, jeder zockt fast... Was ist denn hier los? Sehr männlicher Frei. Ich höre nichts, was du gerade sagst. Ei, ei, ei! Er hat einfach die Tür zu... Was für ein Anti-Mate! Ande! Aber der hat's... Okay... Der nächste LSD-Trepier. Welches Spiel ist das? Welches Spiel ist das? Steht nicht dabei. Familienfreundliche Spiele. Verschlossen. Outlast. Outlast 12! Jesus! Boah, ich hätte noch eine Stunde zugucken können. Vielen Dank für die Gäste! Die da bisschen im Team für die Gäste. Aber der hat nicht immer noch Dissens. Nächste Umsatz. In der freundlichen Spiele. Wir wollen sie ja nicht nachher. Ich bin superichtigter. Schaue. Ich bin super. Ich bin super. Once verschlechtert. Geh.